komm herr war ja ich habe ihn schlafen gelegt hier ist noch ein kasten falls du noch was einsammeln willst ja leider kann ich nicht den hat zerlegt keiner der es den hinweis bewacht das ist ja schon selten ach doch den läuft darum ich messer den mal kurz ja gibt es munition munition ich wurde erschossen uncool halt hat aber fragt mich nicht von wo distanz 49 meter und wo schießen die denn auf mich ich glaube auch aus dieser richtung da rechts alter was mache ich denn also manchmal bin ich echt ein bisschen komisch super da ist noch einer ja ja du hast das fast geschossen sehr gut alter hat die lave ist los das ist ja alter wir müssen das langsam regeln wir zwei weggemetzelt es ja halt aber ich erst mal wieder halt dann man merkt dass du erst 25 bist du hast ganz andere reflex als ich ja ich hoffe mal nicht dass die es waren die zu dritt oder zu zwei wir waren durch zu zweit also belebe ich dich erst mal wieder und dann kann man sie plünder ja 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 genau schön waffe waffe okay ich bin da natürlich auch ein gutes ziel gewesen ja direkt hier oben schön auf ein podest ja dann machen wir plünder plünder ich weiß nicht mehr wo die sind oder ist schwamm die sich in luft aufgelöst hier ist einer hat da ok der andere müsste dann nein das wollte ich so einmal verbrauchsgüter habe ich bekommen gucken wie ist die an hier ist eine einschuss dann nehme ich meine alte wieder ja und der andere ist hier genau und da war das ist die fette die genau die gleiche habe ich auch mal die henry muss das hier war eine ja die ist gut die gefällt mir alter die schuss dies ja alter nice oder 246 18 12 ganz viele 12 ganz viel wenn man das zählen verlernt auch noch mal verbrauchsgüter sehr gut ich kann nichts mehr tragen halte das aber das ist aber eine waffe ja auf jeden fall gerade du kannst viel schuss mit mittragen und ich muss mir muss man mal den namen angucken also das winfield ist das dass die winfield m 18 73 klaue ok das ist ja gut zu wissen weil wenn ich schon viel munition mitnehmen kannst du schon geil und wenn du noch viel schuss hast das ist geil hier gibt es ganz viel munition super das ist voll ab wie du die beide wecker holzt dass er das war schon geil aus gerade den ein mit der knarre ja es ist echt besser und manchmal ohne visier zu schießen das stimmt ja wo kommt zu dir ja ich habe der mutti mal den kopf weg geschossen ja sehr gut oh ich glaube hier sind gegner oder nee doch nicht gut Jo, gleich zerlegt. Oh, da gibt es Munition hier. Ah, sehr gut. Oh, irgendwo ist der Schwarm mutierter um. Jo, schlatt. Mal gucken, wo muss man denn jetzt lang? Hier hinten, da lang, ne? Ja, das ist gut. Davon gehen wir mal da lang, hier. Ja, wenn wir jetzt noch einen Boss legen, dann kriegen wir richtig fett Kohle. Oh, ja. Boah, wie viel die frisst. Ja. Ne, da nicht direkt auf den Kopf schießt, das ist echt ein Problem. Oh. Jo. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Ich hoffe nicht. Nö, schau doch. Nee, schau doch. Nee, schau doch. Nee, schau doch. Genau, er hat mich angebrutzelt, brennt dann selber und schreit, als hätte ich ihn angezündet. Ja. Ja, also. Das ist auch so ein... Ja. Oh, hier ist es. Oh, sehr schön. So, dann haben wir ihn. Ah. Stimmt. Gar nicht so weit weg. Da gibt es Muni. Ah, Munition, gut. Wow. Alter, wie viel der verträgt. Ja, es ist echt unglaublich. Aber es ist schon geil, wenn du dann siehst, du hast so viel Munition. Ja, so eine Waffe mit viel Munition ist wirklich manchmal sehr, sehr praktisch. Mh, auf jeden Fall. Die ist bestimmt auch geil, wenn wir beim Gegner sind, als wenn wir beim Schlechter dann sind. Oh, das kann sein. Oh, ich bin tot. Oh, scheiße. Ich wollte, dachte, da bin ich sicher und wollte mich gerade eine Spritze geben. Ja.